Ich bin Putzmann Andreas, komme aus Beuren. Ich bin 38 Jahre alt mittlerweile, bin seit 2014 Cannabis-Patient, wo ich es damals selber zahlen musste. Mittlerweile bekomme ich es auf Kassenrezept und es gibt halt immer diverse Probleme, sage ich jetzt mal. Ich habe HNPP, das ist eine ganz seltene Nervenkrankheit, wo die Nervenschutzschicht kaputt ist, wo ich Zuckungen, Krämpfe und so weiter habe. Und wenn ich halt regelmäßig Cannabis-Rauch, wie es vielleicht bei Tourette-Erkrankungen bekannt ist, sind genau diese Effekte, diese Nervenzuckungen, Krämpfe weg, wodurch ich dann halt deutlich weniger Schmerzen habe. Also fast tagsüber keine Schmerzen, nur nachts dann halt oft, wenn ich zur Ruhe komme, dann nehmen die Schmerzen halt wieder zu. Aber das war früher mit Opiate noch eigentlich viel schlimmer als jetzt, weil da hatte ich die Zuckungen trotzdem. Aber tagsüber funktioniere ich eigentlich ganz, dann kann man Cannabis ganz gut. Also ich kann mit dem Hund dreimal täglich laufen und sage, was vorher anders nicht ging. Vorher Kreislauf, da bin ich nur noch gelegt, habe gebrochen, bin an den Nebenwirkungen 2015 fast verstorben von Opiaten. Und ja, und wie gesagt, seitdem ich nur noch Cannabis als Medikament bekomme, ist eigentlich alles relativ erträglich, sage ich jetzt mal. Also krank ist man ja trotzdem, aber es ist auf jeden Fall so, dass man gut damit klarkommt. Sicher fragt sich jetzt der ein oder andere, ist Andreas dann dauerhaig und bekifft? Wenn du das konstant konsumierst, hat dein Körper ja eine grundsätzliche Gewöhnung, dann hast du auch nicht mehr dieses Rauschempfinden. Also da müsst ihr 10 Gramm am Tag rauchen, dass ihr dann noch wirklich was merkt. Ist ja was anderes, ob man das jetzt, sage ich mal, am Wochenende raucht und mal zum Entspannen oder am Abend oder sonst was. Oder weil du es machst, weil du sonst halt eigentlich kein lebenswertes Leben mehr hast. Andreas ist aufgrund seiner Krankheit arbeitsunfähig. Das Cannabis schränkt ihn im Alltag ein, aber nicht so sehr wie seine Krankheit. Seit 2017 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in bestimmten Fällen die Kosten für Cannabis-Arzneimittel. Die Ämter machen es Andreas trotzdem nicht leicht. Also da wird man so wie ein Aussätziger behandelt, sage ich teilweise. Es werden Sachen verlangt, Auflagen von MPUs und Zeugen, die einfach nicht gerechtfertigt sind. Und wenn sie gerechtfertigt werden, wäre das Problem, es ist so teuer, welcher schwerkranke Mensch geht noch arbeiten. Das heißt, die meisten leben von einer kleinen Rente und sollen dann Abstinenz-Nachweise machen, wo eine Urinprobe 120 Euro oder 115 Euro kostet und lauter solche Sachen. Das ist eine psychische Belastung, wo man da ausgesetzt wird. Das ist einfach eine Qual, sage ich mal, selbst mit dem Gesetz, weil viele Ärzte wollen es einfach nicht verschreiben. Denen ist es zu viel Aufwand oder wollen sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Und ja, es ist schon immer noch leider kein Spaß für viele. Also ich habe Glück, ich habe eine Kostenübernahme der Krankenkasse und da klappt es halbwegs, aber viele andere halt nicht. Und das ist halt leider schade. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung steht ja, dass Cannabis jetzt legalisiert werden soll. Für Andreas wird sich dadurch wohl nicht sehr viel verändern, aber er hofft, dass einiges leichter gemacht wird. Es gibt keine rechtfertigung, keine wissenschaftliche Rechtfertigung mehr für dieses Verbot. Es ist kein extrem gefährliches Stoff wie Heroin oder sonstiges. Alkohol ist schädlicher, Nikotin ist schädlicher. Alles tötet mehr Menschen. Legale Medikamente töten mehr Menschen. Das ist so eine Sache, ich finde, durch eine Legalisierung muss man sich offen und richtig mit dem Thema auseinandersetzen. Es muss eine Aufklärung stattfinden. Aber ich denke, wenn es legal ist, auch ein Mensch, der dann vielleicht damit Probleme hat, der sucht sich doch eher Hilfe und bekommt leichter Hilfe, wie wenn es verboten ist. Weil anders hat er es schon, was sind die Folgen, verliere ich meinen Führerschein, das, jenes. Ich denke, je offener man an das Thema rangeht, umso besser ist die Aufklärung. Donau 3FM